Hier verbindet sich weibliches Einfühlungsvermögen mit modernster Schönheitstechnologie – alles für die Männerschönheit. Ein gut aussehender Mann liegt immer im Auge des Betrachters. Also das Wichtigste ist schon mal, dass das einfach gepflegt ist. Ich denke, heutzutage sollte man einfach ein Stück weit gepflegt sein, ob das jetzt ein T-Shirt ist oder eine Kappe. Das macht jetzt keinen Unterschied, sondern ich glaube, Pflege ist das A und O. Gepflegte Haare, aber auch ein gutes Make-up gehören für Constanze Pott unbedingt dazu, um sich schön zu fühlen. Ich mache es nicht jeden Tag, aber schon, also wenn ich rausgehe, dann kommt mindestens ein Lippenstift drauf und meistens auch noch Mascara, also wie eine Pantusche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017